. 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 da ich sage ich nehme die geisel und dann haben wir dringend gerettet johnny macht ablenkung ich glaube die geisel zack ab über die grenze ja genau er dreht sich um hat mich instant 100er ping gg ja gut 100 geht noch mehr mehr oder weniger besser als diese 229 oder 298er pings wo sind die jetzt ist unten im archiv immer noch nicht mitbekommen ist tut mir leid so sei dir verziehen posti ja extra mit schönen rechtschreibfehlern und so vor allem rechtschreibfehler ich bin aus deutsch jenny ja kommen sie bitte zu uns wir wollen also der bandit war eben noch dort vorne bei einem kleinen büro um cavera ist direkt hier heute wir schießen von unten hoch das kann doch gar nicht den c4 von ich will nicht mal übergehen gl bloque aber hier ist doch ein fenster Kann man da raus? Kann man da rein? Warte, warte, warte. Du kannst es versuchen, aber ich garantiere nicht. Mit diesem scheiß Puls da unten, ne? Da oben ist er, wie gesagt. Verwera kommt. Oh, ist verletzt. Oh, ist der Jäger. Verwera da. Wo ist denn? Oben? Da oben bei meiner Markierung ist er. Ich gehe mal nach oben. Also geradezu die Tür. Achtung, er kommt. LOL. Das war der Jäger. Aha. Aha. Du wiederholst den. Wie schnell bist du denn bitte von Gerät auf Marfels gewechselt? So, Johnny, geh mal noch ein Stück vor. Bleib da stehen. Komm, hinter dir runter. Wow. Digga. Digga. Was gehst du denn? Da sind zwei. Zwei Leute. Schieß mal durch einfach. Den bei Johnny. Junge. Den verdammte Scheiße. Würdest du mich verarschen? Wow. Von hinten, von hinten. Da oben verbleibt. Ey, was machst du da für eine Scheiße, Alter? Du gehst die ganze Zeit weg, drehst dich weg. Johnny ist, Johnny ist Schild-Spielkünste. Das ist das, worüber ich mich in der letzten Folge aufgeregt habe. Naja. Also ne, auf Grenze. Das war ja die vorvorletzte Folge. Ich werde dich in die Tür und bleibst du stehen. Äh, wo gewöhnen? Archi. 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 Das war Kacke. Ja, das war extrem Kacke. Ja. Ich weiß ja nicht, ob wir das Schild nicht vielleicht weglassen sollten. Ja, ich wäre auch dafür, dass Johnny mal was vernünftiges Spielt und so geschild ist. Weil ein bisschen Feuerkraft und ein gutes Gadget könnte auch helfen. Egal. Ja. 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 Ich mach die Drops. Okay. Ohne Nummer 1. Ohne Nummer 2. Dann bricht die Rüstung, Leute. Äh, warte mal, wo sind die Drops am Markt? Der hier, ne? Der hier. Visa-Büro. Und hier. Adrio-Misa-Büro. Ohne Nummer 3. Es bleiben 10 Sekunden. Oh, oh. Noch 5 Sekunden. Brauchst du, willst du die hier auflassen oder zu machen? Große Tür, mach ich zu. Ich meine, äh, die Wand hier. Links von mir. Du, mir ist egal. Ich werde da jetzt nicht hingehen. Ich hatte nicht vor, da hinzugehen. Dann machen wir dicht. Alles klar. Bräuchten so oder so noch drei Wände. Bräuchten hier noch ne Wand. Und genau. Bitteschön. Mach's los. Ey, meinst du, der kriegt mal nen fucking Hint oder was? Gar nichts. Ach, der. Hyping. Ey. Ey, er läuft einfach durch meine scheiß Schüsse durch. Sorry für das Off-Trap. Ich bin eins bei so einem. Werde nach und brauche Deckung. Ey, geht was jetzt auf? Irgendwann? Ja, ja, ja. Das ist ein, ein fast perfektes Schild. Oh, wow. Ah, wieder so ne Gruppe, alles aufweckskommt. Ist Spaß. Die gehen hier voll steil, Mann. Hm, geil. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zur Reise. Nee, nee, die haben nur entdeckt. In der Drohne. Hätte ich gerade wieder runtergesprungen? Ich hab einen Drop gehört. Ey, du kannst dich nirgendwo hinsetzen. Nein. Über uns, wo ist sie, pass auf. Am Drop. Jetzt ist aber jemand drin. Nicht durchschießen, nicht durchschießen. So aufpassen. Au. Das sind drei. Im Flur ist einer rein. Das sind vier. Ich will ein Ace, ich will ein Ace. Nur noch der Hyping. Ich bereite ein Esschen vor. Ich. Größer bloß. Er ist hier vorne an der Haupttür. Oh, der ist am Gang. Ablenk. Boah, schade. Ey, der hat zwei live. Ohne nichts. Zwei live habe ich vom Ace getrennt. Ablenk. Der geht die Treppe wieder hoch. Ey, zwei live trennen mich vom Ace. Pass auf, oben ist die Decke frei, ne? Poste. Hä? Der zwei live. Oben ist die Decke frei. 15 Sekunden. Der wird durch ein, genau, da lang Poste. Der ist hoch, der ist oben, über euch. Der kommt durch ein Drop. Gigi. Sehr schön. Danke fürs Anleckerten. Der hätte zwei live, ne? Das wäre mein Ace gewesen, wenn der nicht so ein Ping von 80.000 hätte. Oh cool, ich habe drei Assists bekommen. Und mein Visier trotzdem über die Glatze, ne? Keiner da. Keine Chance. Hey... Was haben wir hier gegen Glatzen? Bitte bitte? Dann wyd mal bitte, dass ich den Glatzen nehmen kann! Ja! Mir ist Banane! Word was ihr am liebsten spielt. Und ich nehme das was mir braucht wird! Jaaaaaaaaaah Haha Ahaha Da hat sie durch was, da hat sie durch was. Haben wir ne Claimers dabei? Natürlich nicht. Keiner mit ne Claimers. Glaube ich hab ne Claimers. Nein du hast Rauchgranaten oder Blindgranaten dabei. Gut. Hauptsache. Ich bin dann Rauch. Immer unten gewonnen, ne? Nee. Mann. Jetzt mal, die werden CEO sein. Jo. Jo. Definitiv. Jo. Dödes Radio. Weg. Recruly Camp, gelbe Treppenhaus, ganz oben links in der Ecke. Weitere Zimmer, das Wand aufgesprengt. Verstärkt zum Balkonrauben, da können wir zum Beispiel durch. Einen Balkon und dann drin. WTF? Dein Fenster aufnimmst die EO. Oh ja, klar. Ja, linke Seite. Ja, ja. Auf den Armen rumwackeln sehen. Mhm. Schauen wir mal. Elektronik Scanner aktiviert. Wendet seine Batterie alt. Wendet seine Batterie alt, verbindet sich jetzt. Ja, mal ein APS, noch ein APS. Da haben sie Bandetladung dran gemacht. Was ist denn APS? geger geräte gewünscht was habe ihn habe ihn er kommt als ob alter aus dem raum ja aus dem raum fp sind so leckerlich ich vermute rechts und der nächste tote er ist kranker er sieht der schanker und piep trotzdem meint er das ernst ganz oben links genau schritt bevor ich wo wir treppen hinter dir doch oben das warst du ja ist egal leider keine zeit mehr l ich hab dich gesehen dass wir smoke diese scheiß Bitchmover eh diesmal erst mal das zweitens einfach der typ der einen tachanka piept obwohl er schon das Turid stehen sieht die waren jetzt Konsulbüro Konsulbüro beschlossen öh hier einen der 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 Störsender bereit Oh, auch, dass ich keine Welkürii Ja, keine Twitch haben Wart, warte, 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 warte Warte, warte, warte Halt's Maul Schock drode da Sehr gut Zehn Sekunden noch Noch fünf Sekunden Gute Arbeit, Standort der Geisel weiterhin unbekannt Wir haben nicht zufällig Wir haben nicht zufällig Geins für dich, tut mir leid Wo willst du denn haben Dort Wart Aber, warte, ich komm mit Ah, lass, 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 lass Ich komm hier vom Balkon, glaub ich Oder den, nebenrum Ah, hier nebenrum Wart Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt Zu Geisel Geisel Balkon, die beiden Fenster Egal Johnny, die beiden Balkonfenster Litch angeht mit gelben Treppen Oh Oben Ja genau, da Das ist das Litch Spucken Sie es aus Kapitaum ist Kapitaum ist Kapitaum down Geh dich Dein Standort ist gefährdet Gerade nach, geh rein Geh rein, er sieht dich doch eh Du hast kein Seil Du hast kein Seil Lol, ernsthaft? Sehr schön Wow Willi? Das meinte ich gerade Flieger gemacht War auf jeden Fall Top action Sehr interessant auf jeden Fall Wir haben doch Geisel, ne? Kann doch Fuse nehmen Ist eine gute Idee Ja, finde ich auch Interessant Lalalala Lalalala Äh, Johnny Wählen Sie Ich weiß Hat der wer gefurzt? In der Aufnahme Ich hab gefurzt, aber ist okay Klang gut Und Johnny Ja Das klang richtig hart danach Und Johnny war es Weißkalt in der Aufnahme gefurzt Leute, ihr habt's gehört Johnny, wie ranziger Lümmel Den hat er wahrscheinlich auch Den hat er gut jetzt ausgelüftet Ich glaub das ist das Visabüro Ne Geht da drüber Nein, groß Geht aus der Brille Er muss groß Ich wollte ganz sagen, Johnny hat schon groß gemacht Ja, Leute, Rank ist Rank, da muss man halt sitzen bleiben, ne? Hör das, was freut sich und stinkt Ein gefurzter als Kind Oh, oh, oh Ich hab Entdeckung umgefressen Naaah Hauptsache erst mal fünf Sekunden steht die Anzeige auf eine Sekunde Noch fünf Sekunden Geisel gerichtet Fick dich du behinderte Stück Scheiße Die Nangerhose Oben bei den Balkons daneben irgendwie Ne, unten links Ich weiß schon, warum ich mal hier hinten starte Wechsler-Magazine Achja Wer war'n das jetzt? Der Jäger Klappe, von den Balkons daneben Der Jäger? Egal Wa- Oh nein, ich glaube das war Luke Lol Du wirst ja der letzte Unaufgedeckte sein Ey, das kann doch nicht sein, ey, mal diese Bitch-Mufotzen Achja, wenn wir nicht spielen können Ja, entweder im Angriff alles aufreißen Und im Defense immer schön Bitch-Moven Low-Skill-Fotzköpfe Feuchel Aktives Verteilungsystem Auch wenn diese Lover ausbleiben würde, ne? Lol, die war grad aus Und du hast nur mal gegen gehauen und weggefallen Ja, du warst aus wegen Gletscher Achso Im Raum kriecht man durch den Boden rum Im Raum kriecht man durch den Boden rum Geht so lehmlich Ich bin mega beschützt Lade nach Lol, aber durch die Wand perfekt verfolgt Nicht random, einfach perfekt Achso, Explosion Wechsel in das Magazin Wow, nachdem sie dann ja Beide Sprengladungen verwendet hat Ruhig, 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 bitte Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp Giger im Büro? Der hat ein Loch zur Treppe hin Durch Durch Es bleiben noch 10 Sekunden Wow Ehh Schöne Sekunde Ey, es ist, diese Zeiten sind so behindert, ne? Überschritten Warum die die runtergeschraubt haben Es ist so assi Warum die nicht Bitchmover endlich mal bestrafen Für ihren Scheiß Ja Alter, Spawnpeaken ist ja voll normal Ah, das geht halt hier hoch Ihr Fotzen Voll geil, man Total Keine Träne, das Ähh Ähh So langsam So langsam würde ich sagen Die sollten die scheiß Drohnenphase weglassen Und einfach instant alles Alles spawnen Damit die die Zeit nicht nutzen können Um dann Spawnpeaks vorzubereiten Vergewaltigungsbüro Vergewaltigungsbüro Ich find's heute aber Obt wie ihr denkt Bananenäcker, wir haben sterilt Ich würde sagen, ich hab mich auch enthalten Den Raum befestigen Die Geisel muss gesichert werden Den Raum befestigen Das Schild ist schon Fast unnütz Ich bin an der Wand Nur noch 10 Sekunden Noch 5 Sekunden Ja gut, dann fehlt hier halt keine Wand Wo denn Hier Immer noch Ja, kommt Marikal in Position Letzte Bekunftsmanager Störsender bereit Komm Johnny, nicht übertreiben Einen hast du schon Setzte Störsender ein Wer hat ne Schild da so genial hingestellt Da kommt keiner mehr durch, deswegen steht das also Was, da kommt keiner mehr durch? Natürlich, hier, zack Den hat er auch gerade drüber gesprungen Er hält das lieber richtig hin Der ist nicht meins, keine Ahnung Loll Da unten Bolek, bleibt ruhig da Wenn er reinkommt, kriegt er einen ab Wir haben gerade ne Cam Begegnar hat Sichtkontakt zur Geisel Auf jeden Fall deine Seite Johnny Ja, dieser kommt da rein, kriegt er Hier wird auch Es ist ne Cam drin I don't fucking know who war das kleine seitenfenster ich lade nach und brauche Deckung nur noch Haupttier nur noch ein Gegner und bricht wie? ich bin heute an der fucking Wand und wo genau? sagt mir das aber bitte nur noch draußen so draußen ist noch mal ein Call noch 3 live Leute 2, komm mal her bleib stehen noch eine? ja, ja jawolloh so, was macht der für das Typ da draußen? so, wolltest du noch die letzte reinstecken? ja, die letzte wollte ich ah gut, wusste ich nicht wusste ich nicht ich kann den aber 83 ist besser als 3 haha nice haha haha kulele jimichangas 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 alles klar jetzt nicht von Bitchmoves holen lassen kein Thatcher jetzt nicht von Bitchmoves holen lassen wäre das schön du hast doch gesagt, du bist der 2. Thatcher-Made ja, ich dachte, es nimmt doch jemanden Türmer ja, ich hab die Bahn oder ich auch die werden wahrscheinlich eh das Archiv nehmen da kannst du davon ausgehen, dass wir eh nur über die Drops schnell reinkommen können und machst du doch nicht eine Wand auf doch ihr müsst die Geisel localisieren Back Back Back, Back, Back A, schiefes Volk wo oben wieder oben deine Mutter Spider solitär, was? wir sind schon wieder in diesen Geisel gesinnt, 10 Sekunden noch 5 Sekunden in nem CO-Büro geil ich hab ne gute Cam oben im Flur im Senseo-Büro geil tschüss yeah das ist doch mal NEIN ähm was ist welcher Raum ist unterm CO? Klavierraum, ne? jup jemand mit? dann rupp ich von unten die Decke auf wie fragt, möchtest du das? ich hab auch Abkampern und so wo soll ich da mal so reinhibanern hier in die Wand? oh, nur ein bisschen oooh really? was? ich stand ich stand hinten an der scheiß Wand und nee, komm nee nee, 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 nee der Krabidon der Krabidon der Krabidon der Krabidon der Krabidon der Krabidon oder versucht der Krabidon oder versucht der Krabidon ey, aber diese C4, ne? ohne Spaß alles nicht besser auch schon wieder eine minute legt mich darum sagt ich war schon obendrauf ich war schon obendrauf ich war schon obendrauf ich werde zu sterben ja in dem raum auf dem umgefallenen tisch ich noch da ist einer wie er nicht verreckt eine frisse alter der scheiß coverpisser der hätte schon nichts verrecken müssen nein typen ist auch das im lütspiel wasser hat jetzt pisst mir die auseinander meistens genau diese ansagen die uns dazu verleiten zu verlieren nein das ist nur dann wenn wir mit endos zusammen spielen hashtag no hate hashtag johnny full hate hashtag johnny is a homo host hashtag hashtag i hate hyping hashtag the hate is real hashtag ubi schrott hashtag reicht wieder mit hashtags und sicher hashtag 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 banandos ich mach hier den kleinen nebenraum gleich wieder zu die wandverstärkung ist fast fertig wand versterbt gegner drohne hat sich lokalisiert auf angriff vorbereiten ich brauche noch zwei wände ja zehn sekunden noch drei sogar ja drei hab ich nicht aber zwei ich hab doch gesagt ich mach den kleinen hier scheiß nebenraum wer hat hier schon wieder an das war glaube ich äh frostnase die kippler haben die geisel entdeckt ich würde ihn anschießen und dann wieder hochheilen frotzkopf wo wollt er noch ne wand der besuch kann kommen ich hab immer noch ne wand ich hab immer noch ne wand ja ich mach doch schon was zum wandverstärkung werden angebracht was denn wo wolltest du sonst noch ne wand haben hier ich schlag mein magazin wow Nerf ich bin nicht man na zwei liegen auf ben boden no fu ja Ja, überhin schon mal 2 auf. Hälfte leben. Oh, was macht er denn? Drop. Ja, selbe Taktik wie vorhin. Er war alles aufgerufen. Go. Killed da, ne? das war die drohne drin ohne nutzen er weiß nicht dass du da bist und da hinten wird runtergeschossen haben wir noch eine kamera um zu wissen wo der kapital ist einer ist drin einer ist vor der großen haupttür kapital geht rein achtung drinnen ich drehe mich gerade weg und sehe genau im augenwinkel wieder der glückspenis ohne witz das war doch schön so last round was haltet ihr davon die werden jetzt eh wieder oben sein was haltet ihr davon wir gehen jetzt durch den keller rein und arbeiten uns halt von unten nach oben schnell oder halbwegs schnell durch ja dass wir nicht irgendwie an irgendwelche scheiß fenster hängen wo die mit c4 raus pfeffern und so eine pisse sondern schön in ruhe das unterschreibe ich so ok ich habe auch eine claymore dabei dann könnt ihr anderen äh cluppies reach ladung mitnehmen ich bring kein krill ab ey doch pass auf hier ist die geisel zurückholen Yoel knuck knuck hier kommt der cock hee ich hab echt es von der glock ich hab die GLOCK sie ist ready vorbei Fahrradständer Klopf klopf wer ist da mein schwanz dein schwanz weh so war ein kurzer besuch ne his ich könnte meint es ein kurzer beim das ist so klein wenn man selber darüber lachen muss Ich bin super! Hier ist alles super! Das ist nämlich einmal nicht bug, ich hätte ja gerne mit der Pumpkin die ganze Decke aufgeruppt. Nein! Wenn wir auch so, ihr habt genug Breachladung. Einfach ranpacken und aufruppen. Ja, wohl wahr. Wohl wahr? Wohl wahr? Wohl wahr. Wohl wahr read. Hier vorne im Dingens... Stängt ran, bitch-moves! Dieser Büro-Schalter ist jemand gewesen. ...vom Drops zu machen. Dieser Büro, glaubst du? Hier vorne! Ja, ich, ja, ja, ich guck doch gerade mit der Drohne jetzt. Ich wähl mal deine, deine... ...Kamiotiz-Bro. Rennt wieder nach unten. Oh, Valkyrie. Hallo! Oh, nee, der Jäger, der Jäger ist oben. Ja, der Magazin! So, Luke in der Garage. Oh, hier steht da noch ne Drohne. Wartet wohl auf meine Drohne. Wartet er? Oh ja, er wartet. Er steht in der Küche. Ja oder weniger. So, wo gehen wir jetzt rein? Äh, Donny. Was? Ich muss wohl der Garage gerne kaufen. Nein, 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 nein. Nein, Gag. Oh, Garage ist schon aufgeprügelt hier. Hab ihn. Also irgendwas ist aus der Garage rausgeflogen. Haben die ne Welk oder noch mehr? Äh, ja, die ist. War bei uns hier. Eine Kamera habe ich schon weggebrobt. Wow. Ahhhh. Pulse, Pulse, Pulse. Ja, Bolek, dann mach mal da, mach mal da ne Breachladung ran und dann gehen wir da rin. Pulse, down. Komm. Lass mich mal kurz einen Raum hier abschicken. Ja, der Rook ist hier rumgeschickt. Was? Im kleinen Raum ist doch noch einer, der Rook. Igno, denk dran, links. Ja, ja, ja. Und der Mühe ist allerdings auch noch. Pulse. Ey, was zum, du dreckiges Hurenkind. Oh, Gott, Mann. Geisel entdeckt. So, zum Kotzen. Wo war noch einer? Der Rook ist nach oben, immer noch da beim Visabüro. Komm, Treppe runter. Oh, geht nicht. Ey, ich feuer ein Ding vorbei, ne? Ich hab nicht einen Hick gesetzt, klar. Klar. Geiler Typ, ja. Gerade durch die Treppe posten, der war so. 15 Sekunden. In der Tür rechts der Jäger. Rechts, rechts, rechts ist Jäger. Oh, steh ganz rechts. 5 Sekunden. Rechts. Ehm. Okay. Ja. Ja. Ne? Ja, gut, 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 gut. Gut. Ne, ich sah schon nix. Oh, boi. Ja, hart gekämpft, aber am Ende hat's doch nicht gereicht, Leute. Schade, schade. Ach, ja. Wie seit den letzten Updates immer. Oh, boi. It happens. It happens. It happens. It happens. It happens. It happens, Holm. Bye, bye. Ciao. 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 Ciao.